Hi Leute, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist es endlich soweit. Meine Haunted Doll ist endlich angekommen. Also so sieht dieses Paket aus. Und ich werde sie jetzt gleich auspacken. Also ich habe sie noch nicht ausgepackt. Ich bin so aufgeregt, wirklich. Ich werde sie jetzt gleich auspacken und ihr werdet dabei sein, wenn ich sie auspacke. Ja. Das ist so cool. Und dann sehen wir uns. Also das hier ist das Paket. Das ist ziemlich klein. Also die Haunted Doll scheint ziemlich klein zu sein. Ja, aber auch. Wir werden jetzt das Paket aufmachen. Und gucken. Und dann sehen wir uns. Und dann sehen wir uns. Hey! Hallo! Hallo! Schön, dass du dich mal hast. Ich bin, den einen Späten Ich bin, den einen Späten Das ist das ja Und jetzt den Späten Kapitel Alles besser, wenn du dich nicht kannst. Leute, das ist meine Hunde Doll. Sie ist ein bisschen kleiner, als ich es gedacht habe, aber sie ist wunderschön und ich bin froh, dass sie jetzt da ist. Cut. Also sie macht auf jeden Fall schon mal ein Geisterdetektorsignal. Guck. Wenn ich weggehe von ihr, dann ist das Signal weg. Und wenn ich wieder hingehe, ist es wieder da. Deswegen kann es jetzt auch nicht irgendwie vom Handy sein oder von irgendwas anderem sein. Warte, ich probiere nochmal was aus. Seht ihr das? Dieselbe Stelle, aber viel, viel weniger Signal. Seht ihr das? Krass, oder? Hey. Also sie sieht auf jeden Fall mega schön aus. Also es ist eindeutig. Seht ihr das, Leute? Also da ist eindeutig was. Die ist echt. Würde ich jetzt so nach der ersten Einschätzung mit dem Geisterdetektor sagen. Du bist echt, ne? Okay. Also das war jetzt, ähm... Mal so die erste Untersuchung. Mal so die erste Untersuchung. Hey, warte. Alter, seht ihr das? Okay, diese Haunted Doll ist kein Fake. Eindeutig nicht. Das war's mit deinem ersten Video über meine Haunted Doll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es werden noch mehr Videos mit dir kommen. Und es werden bestimmt noch mehr paranormale Aktivitäten passieren. Und ich werde euch darüber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, mal gucken, wie die erste Nacht so wird. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Ciao.